moin moin und hallo herzlich willkommen zu einem neuen coolen unboxing video von mir für euch heute mit einem maniküre set und zwar dieses set ist von ramos professional body care und ich habe ja schon mehrere sachen von denen und ich finde die wirklich spitze und das maniküre set boreas wird da nicht anders sein maniküre ist die pflege eurer nägel an den händen pediküre ist die pflege an euren füßen jetzt nicht die füße die eingepackt sind sondern die da drin ist die unter den socken waren okay aber es geht heute um ein maniküre set man kann es auch nagelset nennen und es besteht aus sieben teilen wir schauen es uns an die nummer ist wie ihr seht 3181 schwarz maniküre set boreas schwarz es gibt es auch in ich meine rot habe ich gesehen rot gibt es auch ich mag lieber schwarz denn black is beautiful so manikür so einfach schön gibt es ein bisschen werbung okay und hier ist es wir haben also ein maniküre set aus einem echten leder etui es ist 170 x 100 x 23 mm groß das etui kann siebenfach mit rostfreien remus körperpflege instrumenten bestückt werden und das ist es ja auch jihihi diese instrumente werden alle hoch qualitativ aus edelstahl gefertigt und wir haben hier richtig schön zipper der lange halten wird so wir schauen uns an was drin ist und das etui schützt die dort hinten drin beinhalteten instrumente vor defekten und vorzeitiger alterung so hier seht ihr das zeugs 1 2 3 4 5 6 7 teile sind schon on board das heißt wir haben hier schon diverse sachen drin das etui kann sehr gut zu hause zur aufbauung der instrumente verwendet werden aber auch mit in den urlaub genommen werden es befinden sich alle wichtigen maniküre instrumenten in einem einzigen entry wie ihr seht dieses set kann jedoch natürlich auch ohne eine bestückung bestellt werden das heißt wenn ihr schon diverse sachen habt könnt ihr das ding auch also nur das teil hier außenrum extra euch bestellen und dann habt ihr platz eure eigene kollektion eröffnet wird das set mit einem reißverschluss haja anschließen können die beiden etui helfen auseinander geklappt werden und alle instrumente liegen aufgereiht vor euch und sind bereit um mal zu schauen was alles dabei ist wir haben hier den remus augenbrauen pinzette das ist hier rechts das teil hier und sie wir vor das hier ist also eine augenbrauen pinzette cool bei der hochwertigen verarbeitung der augenbrauen pinzette wurden beide spitzen exakt aufeinander abgestimmt stimmt guck mal die passen genau übereinander zusätzlich wurden sie abgeschreckt das wurden sie auch dadurch lassen sich herrchen jeglicher art sehr einfach entfernen das bedeutet die pinzette eignet sich hervorragend zum zupfen und formen von augenbrauen und sonstigen körper oder gesichtsbehaarung außerdem kann es auch dazu verwendet werden splitter die sich unter der haut befinden problemlos zu entfernen beschädigt man sie sich gerade nicht mit der körperpflege dann kann man die pinzette auch für modellbau oder basteln verwenden also ihr seht man kann die schon auch für andere sachen dann einspannen so lass uns mal hier ein ein kleines süßes herrchen suchen ich hab so wenig davon und wir ziehen mal eins raus ob das ganz gut funktioniert so hier herrchen grabschen grabschen und herrchen ziehen sagt da ist es ging ganz einfach hat nicht mal weh getan cool also sehr genau zum greifen gutes teil wieder rein damit ich weiß gar nicht was ist so rum drin ich glaube nicht ich glaube es war so rum drin egal kommen wir zum nächsten bestandteil dieses sets jetzt mal nach unten raus hier das da ist eine haut schere die hochwertige haut schere besitzt eine sehr dünne spitze oh ja die ist wirklich super dünn somit kann sie haut sehr einfach und problemlos schneiden sie wird vor allem zum schneiden von nagelhaut verwendet nagelhaut schneider damit eine langlebigkeit gewährleistet werden kann darf die schere nicht für die nägel verwendet werden die beiden hälften der scheren werden mit einer schraube zusammengehalten und diese kann je nach bedarf gestellt werden somit ändert sich die spannung und die schere wird an den persönlichen darf bedarf angepasst so haben wir mal hier irgendwas wo wir gut schneiden können super funktioniert ganz einfach abgekattet bekommen oder auch super dies klasse kann man super mit nagel weg machen und überschüssige haut ganz einfach entfernen dieser scharf es ist immer besser ein besseres produkt zu haben was schön scharf ist das hilft dann bedeutend besser genau zu arbeiten also das ist eine haut schere die ihr dann verwenden könnt um haut zu schneiden nicht um die nägel schneiden soll ich schieben jetzt wieder zurück dann kommen wir zum nächsten kumpel das hier ist die remus nagelschere die nagelschere eignet sich sowohl zum schneiden von fingern als auch von zehennägel natürlich nur bei zehennägeln von normalen menschen meine zehennägel werde ich damit besser nicht schneiden weil meine zehennägel sind irgendwie monster hart aber wir können es gerne gleich mal probieren dank ihre qualitativ hochwertigen klingen die scharf und robust gleichzeitig sind können auch die dicksten nägel problemlos geschnitten werden das checken wir gleich an meinen füßen also ich werde das kann eltern ist die echter weil meine fußnägel sind dadurch dass ich jeden tag platzfuß sich über betonboden watschel wirklich ganz schön hart geworden bedarf können die nägel zuvor beim duschen oder baden eingeweicht werden dies vereinfachte das schneiden noch zusätzlich die schere wird ebenfalls wie die hautschere durch eine schraube zusammengehalten da ist sie genau und je nach belieben könnt ihr die also nachziehen und lockern dadurch ändert sich die spannung und kann somit persönlich viel besser angepasst werden ok lasst uns erstmal hier ein probe nagel schneiden guck mal hier der hier ist jetzt schön lang und wir schneiden jetzt mal hier so um die ecke geht gut ja und dann auch andersrum nehmen um dann genauer gegen also genauer eine positionierung nach außen zu haben ja hat gut geklappt aber ich mag lieber hier die rundung weil das gibt direkt eurem finger dann kontur sagt nicht den finger dem fingernagel so sehr gutes teil und jetzt natürlich weil es wurde ja gesagt es geht auch an den füßen werde ich meine füße entblößen und wir probieren das mal so da haben wir den c den c oje so lasst uns mal checken das ist also die nagelschere die ihr auch an euren füßen benutzen könnt sehr schön jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten freund das ist der remus nagel knipser sagt das hier ist ein sehr fasziniertes teil das funktioniert nämlich durch hebelkraft dank der gebogenen schneiden hier vorne die an den nagel angepasst sind können finger sowie fußnägel ohne problem geschnitten werden diese spezielle form ermöglicht einen glatten runden und sauberen schnitt das hört sich doch gut an auch für die dicken zehennägel ist der nagel knipser geeignet vor dem schneiden wird jedoch natürlich empfohlen ein bad oder eine dusche aufzusuchen aufgrund der geringen größe liegt der nagel knipser sehr gut in der hand und garantiert eines sauberes arbeiten die oberfläche des kopfkörperpflegeinstrumentes wurde bei der herstellung verkromt verkromt leute das ist ja cool aber wie benutzen wir überhaupt weil wenn wir jetzt hier drauf drücken passiert gar nichts das ist also wirklich wieder so ein konstrukt finde ich wo sich menschen wirklich die physikalischen wertvollen sachen zur nutze machen sehr interessant passt auf hier das kann man nach oben und unten bewegen alles klar so kann man irgendwie auch nicht so gut benutzen oder obwohl er ja jetzt schon vorne zu geht ihr seht ihr da ist die schneide es würde also funktionieren was wir dann machen ist wir drehen einfach noch mal 180 grad und haben jetzt unseren nagel knipser bereit zur arbeit guck mal die hebelwirkung hier der hebel drückt durch die hebelwirkung hier ist der punkt wo der hebel also umgeleitet wird hier runter drückt der hebel diese kleine fläche zusammen dadurch dass sie jetzt gebogen ist kommen wir viel besser natürlich dann den konturen der nagel des nagels besser an deshalb ist es super wenn wir jetzt hier einen langen hebel haben der auch noch gebogen ist und dadurch die kraft verstärkt wird der weg den wir zurück legen ist höher dafür ist aber die kraft die hier vorne rein kommt stärker so ist das und nun schauen wir uns mal ob das funktioniert sollte nehmen den finger ansetzen und boah zack ansetzen zack weg guck mal hier seht ihr das ist aber jetzt nicht weil er schlecht ist sondern weil ich einfach nur die hälfte des nagels genommen habe um euch zu zeigen und nicht alles wieder wegfliegen lassen so also ihr geht runter und dann könnt ihr ganz easy peasy euren nagel damit schneiden auch einer kopf über zack ging klasse klasse geht wie buddha durch so jetzt geht es wieder eine füße denn er soll ja auch für die füße sein so ansetzen unter den nagel mit der einklinge jetzt kommt man drunter da warum gehst du nicht drunter so und abklapsen sehr gut und drunter unter den nagel und abklipsen und unter den nagel und abklipsen super da seht ihr es unter den nagel abklipsen 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 hat super funktioniert super also auch für meine fetten füße geht das so sauber machen wenn ihr fertig seid reinigen dann einmal 180 grad nach vorne und zusammen klappen jetzt habe ich natürlich wieder vergessen wie er da drin lag so wahrscheinlich ne ich weiß es nicht genau kommen wir zum nächsten freund das ist eine nagel feile die ziehen wir einfach nach unten raus hier ist die nagel feile die ist neun zentimeter lang safir feile nennt man es sie besitzt einen edelstahl griff für einen optimalen halt sehr schön mit ihrer hilfe können nägel sowohl gekürzt als auch in form gebracht werden die sandgestrahlte und beschichtete oberfläche unterscheidet sich auf beiden seiten hier sehen wir ich denke mal ist grob ja und da ist fein ne also wir haben eine grobe und eine feine seite auf einer seite ist die beschichtung gröber hier das merkt man auch wenn man drüber geht diese eignet sich gut zum kürzen von nägeln die andere feine beschichtete seite verleiht dem nagel den letzten schliff und versiegelt ihn zusätzlich dadurch reißt dieser nicht mehr so schnell ein wir haben ja vorhin hier und die spitze ist auch cool mit der spitze könnt ihr unter den nagel und dort dreck und unreineheiten herausholen so wir haben ja vorhin hier schon rumgeschnippelt das heißt zuerst gehen wir ran und machen nun eine feilen bewegung von hinten von hinten von hinten und können so unseren nagel dann schön feilen und zum finishen nehmen wir die andere seite und gehen dann auch wieder vor von außen nach innen den nagel schön zu feilen so machen wir ein bisschen nach oben ein bisschen nach unten so und jetzt füllen wir drüber boah yeah keine scharfen kanten mehr sehr schön das ist also eine nagelfeile und zwar auch eine gute weil sie hat hier so einen edelstahlgriff das heißt die wird auch langlebig sein und ihr könnt sie denke ich mal dann auch in so einem ultraschallbad desinfizieren oder fände ich jetzt logisch ne das solltet ihr aber glaube ich mit allen anderen auch machen können da bin mir jetzt nicht sicher nächstes teil der remos nagelhautschieber oh yeah ich habe ja schon so ein pferdefuß ne und der ist ähnlich bis ja so ein bisschen anders aufgebaut ne der nagelhautschieber hier dieses maniküre instrument ist zehn zentimeter lang mit seiner hilfe können ablagerungen und dreck ganz einfach unter den nagel entfernt werden zusätzlich kann nagellaut ähm zurückgeschoben werden dabei sollte aber darauf geachtet werden dass der nagelbett nicht verletzt wird dies ist sehr entwindlich bei einer verletzung kann es schnell zu blutungen oh kommen oder sogar zu entzündungen ok nagelhaut da haben wir was nagelhaut da nagelhaut ist der oberste teil hier von eurem nagel das nagelbett ist hier unten da kommt die nagelhaut die nagelhaut wird gerne voll entfernt das ist aber gar nicht so der burner eigentlich weil die nagelhaut hat ja auch eine eine daseinsberechtigung ne und mit diesem schieber hier können wir sie immer wieder zurückschieben so schön zurückschieben anstatt sie komplett rauszuschneiden diese seite hier könnt ihr super benutzen um dreck und schmutz unter eurem nagel dann heraus zu popeln sehr schön sehr schön sehr schön und es ist auch wieder aus edelstahl gefertigt das heißt wir können es komplett desinfizieren und es ist langlebig sehr cooles ding jetzt weiß ich wieder nicht wie ich das ring habe ich mach mal so rum rein jetzt kommen wir zum knoller das ist jetzt ähm nicht unbedingt ein eine ähm eine sache für die hände sie ist es nämlich eine fußnagelzange das ist ein kopfschneider der hier schön eingerastet ist kann man super rausholen das ist ein kopfschneider die nagelzange für ich weiß aber ich mach das die nagelzange für füße ist eine gute alternative zur nagelschere und fußnägel hm gut zu schneiden das ist wirklich cool ich benutze das ich hab ja schon ein pedicure set und da ist die auch drin ne ich hab jetzt zwei und ich benutze das ding super gerne das ist ganz toll und ihr seht meine nägel sind ja auch schon gewachsen aber ihr könnt es auch natürlich an an der hand an wenden ich hab nämlich hier noch ein bisschen das können wir gleich mal wegschneiden das ist ja gut da habe ich ja schon was gefunden ne also die nagelzange für die füße ist eine gute alternative zur nagelschere fußnägel sind von natur aus dicker und härter und lassen sich nicht so einfach schneiden wie fingernägel aber mit dem ding hier schon hm das erleichtert diesen vorgang um einiges die nagelzange ist 14 cm lang und besitzt eine auswechselbare doppelfeder die ist hier drin diese ermöglicht eine flüssige bewegung beim öffnen und schließen zwischen den griffflächen befindet sich ein durchgestrecktes gewebe wodurch die zange niemals an spannung verlieren kann so erstmal öffnen bisschen energie hinein drücken dann geht der haken los um es später wieder fest zu locken einfach wieder fest drücken um sie wieder zu entlocken drücken wir die beiden seiten zusammen dann ist sie einsatzbereit und hier seht ihr auch die ähm beiden metallteile die dann zu einer feder werden die kann man auswechseln und hier vorne sehen wir den abgerundeten kopf zusammendrücken auseinander und jetzt gehen wir mal hier drunter und werden dieses teil abpitchen weil da habe ich mir ganz schön einen eingerissen so drunter und dann jetzt ist er mit links so besser zack und potsch schon ist er weg seht ihr jetzt ist das gerade jetzt werde ich das gleich noch ein bisschen feilen und dann wird das wieder schön gerade rund gewachsen also ihr seht ihr könnt auch damit hier an den Fingernägeln mit hantieren natürlich ein sehr grobes teil sehr größer also grob meine ich jetzt mit Größe hier der hier ist viel feiner und kleiner aber wir gehen jetzt natürlich auch mal an unseren fuß damit hier haben wir können jetzt also sehr schön uns der kontur anpassen ihn drunter halten und abknipsen zack hier vorne machen wir das gleiche die biegung des fußnagels auch versuchen einzuhalten und zack ging super also ihr habt in diesem maniküre set sogar auch ein paar zusätzliche sachen dabei für die pedicure und das aufbewahren finde ich hier top in dem anderen ist das nämlich so zum reinschleiden das hier finde ich besser so das hier ist es also maniküre set boreas gefällt mir sehr werde ich oft benutzen weil die nägel wachsen permanent ja aber sie sind gut sie sind wichtig dass sie da sind so haben wir nämlich dann auch vernünftigen griff und alles im griff ich verlinke euch das produkt unten in der beschreibung da könnt ihr es direkt ganz bequem bestellen und sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zum zum Bis zum nächsten Mal.